so versuchen wir das ganze noch einmal ziemlich viele blinklichter und knöpfe jetzt ist da schon wieder so ein unitat fahrzeug das gibt es doch gar nicht wow von hinten da steht erreichen sie den aufenthaltsort des konvois aber es ist nirgends mehr markiert ich weiß nicht wo das sein soll es ist weg komplett es ist komplett weg der typ ist weg der typ ist die spawnd es geht doch so nicht der typ ist die spawnd kann ich mich noch mal der wohin teleportieren ich werde ich kämpfe hä wo kommt der denn her guck mal der ist einfach da gespawnd oder ist der von da drüben dahin gerannt oh shit keine munition mehr hab noch ein position tja erreicht sie den aufenthaltsort des konvois und es ist nicht mit nix mehr da ich hätte es nicht die spawnen lassen sollen beziehungsweise hätte dann sollen direkt los weil es gibt noch eine kleine kulanz zeit tja jetzt muss ich mich weg teleportieren komm ich teleportiere mich dann keine ahnung dahin toll nochmal das ganze das kann doch nicht so schwer sein ich habe das schon hundert mal gemacht so gefühlt habe ich jetzt wieder einen marker ja jetzt haben wir wieder einen marker sehr gut ich glaube das waren alle nicht ganz da oben ist noch eine selbststellung wo hast du sie beim raketenwerfer genau granate fliegt nehmt das sehr ein luftabwehrsystem bam das war die perfekte granate alles klar bei mir wo ist der heli sonst wo naja heli keine güte naja ist besser als früher so ganz am anfang ist wenn man neu gespawnt ist und man dann den heli angefordert hat ist der heli einfach auf auf also auf dem also über der spieler figur gelandet gespawnt und dann einfach auf den kopf gefallen war man direkt tot so ich mach das ich fliege ich bin bereit vielleicht sollte ich einfach mal vorher die ganzen samstellungen ausschalten ich nicht ich sehe keins so ich so sehe ich doch eins schütz 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 so Auch wenn diese Luftabwehrstellungen hier gar nichts machen, weil die viel zu weit weg sind von dem Missionsziel. Da oben. Da ist der Kogobo, der jetzt schon ist. Schon an der UNIDAD-Basis vorbei. Ich weiß auch leider nicht, wo er danach hinfährt, weil so weit kam es bisher noch nie. Eigentlich habe ich ihn immer komplett vor der UNIDAD-Basis abgefangen. Oder an der UNIDAD-Basis. Oh, da fährt er dann. Okay. So, ich mir da mal ein schönes Pätzchen. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Wir haben den scheiß Heli. Gehe in Position. Na, was für eine Sauerei. Ist hier markiert. Öffne Feuer. Der Karte wurde zerstört. Jemanden wachgerüttelt. Hab bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Ich dachte, ich hole mir mal einen neuen Heli. Oh nein, da kommt ein Konvoi. Andererseits können wir dann eigentlich auch noch einfach easy mitnehmen. Kommt ja eh her vorbei. Jetzt haben wir Nahrung wieder. Nahrung habe ich schon so viel. Aber immerhin, es gibt fast 1000 Punkte. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Bewegung auf der Straße. Sieht nach Versorgungskonvoll vom Kartell aus. Santa Blanca verdient die Lebensmittel gar nicht. Wir sollten den Konvoi stoppen und den Truck für die Rebellen sichern. Warum ist der Schuss jetzt... Er ist zu spät losgegangen. Schon wieder. Ich klicke und 10 Sekunden später geht der Schuss los. Der Gleitfahrzeug wurde zerstört. Oh, dann mache ich den Rest mit dem... Der Gleitfahrzeug zerstört. Ups. Da waren auch noch Rebellen dabei. Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, 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 abajo. Abajo, abajo, abajo. Shit! Shit! Da kommt die Rakete! Das ist nur immerhin, wo noch eine Selbststellung ist. Gebiet gesichert. wir melden den rebellen wo der truck mit dem abmarsch ich muss das luftabwehr ding zerstören kann schon mal wieder ein heli rufen die explosion schon wieder bereit nehmen leider noch nicht hat nicht getroffen hat getroffen ja was denn warum schießt ihr nicht er ist erledigt ich habe wieder ein heli helikopter uns erst mal erst schnappen uns den gefangenen bei uns naja was heißt verkrümeln oh shit was machen die denn hier ich muss hier weg damit hatte ich nicht gerechnet absolut nicht und jetzt sitzt er wieder so scheiße blöd darum was von wo war der ist mir ernsthaft wo war der denn oh man jetzt kommt wieder so ganz ich hasse die unidad die rebellen angerufen wegen verstärkung habe indirekt dass die rebellen kommen und lenken sie ab ich habe die rebellen gebeten die gegend aufzuklären das ist echt schlecht vor allem ist schlecht dass der typ jetzt da unten dabei sitzt da ich würde ihn nicht wieder aus versehen mitsprengen ohne 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 Ah, zu heilig. Fuck. 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 Weißt du was, ich mach das anders. Scheiß auf den Heli. Ich hol mir jetzt einen BMW. Ja genau, parken auf dem Berg. Nicht auf der Straße, warum auch. Oh shit. Ach du scheiße. So, wo ist der Typ? Typ, komm her. Komm her, Typ. Meinung. Meinung, Typ. Drei Kilometer. Ach du scheiße. Nein. Gar nichts. Nichts da. inhib. ilage. hox. de fin. Ich nut und. Ich nutze.